Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, Movie Lou, Jackie Strange, Special Freak, Der Film Flow, Stanleys Filmzimmer, Jürgen B., Ronny Kaiser und Movie Riese. Was wollt ihr eigentlich? Diese berechtigte Frage habe ich mir gestellt, als ich mir die Analytics von meinem letzten Wochenvlog angeguckt habe und zwar das Video Updates plus Mediabook zu verschenken und da habe ich mir eben mal die Watchtime angeguckt und die durchschnittliche Wiedergabedauer in Prozent und wenn man das mal anguckt, dann hat man hier diesen typischen Bogen nach unten, das ist meistens so. Dann hat man hier schon den ersten Ausschlag, oh oh, ein Karton ist zu sehen, sehr beliebt auf meinem Kanal übrigens. Dann fällt es hier immer weiter ab mit der Aufmerksamkeit und dem Interesse, dann geht es nochmal ganz kurz nach oben und dann haben wir hier sozusagen den Tiefpunkt mit 30 Prozent und was ist das? Genau, die Drohnenaufnahmen, das was eigentlich aus den Kommentaren zu lesen ist, ja am beliebtesten ist und das Ganze abwechslungsreich und auflockernd macht, stößt auf wenig Gegenliebe, wenn man denn mal nach den Analytics geht. Und hier geht es dann wieder munter weiter, dann ein bisschen Fußball, dann ein bisschen Europameisterschaft, dann haben wir wieder was zum Auspacken und so geht es eigentlich durch und man sieht es komplett, das geringste Interesse laut den Analytics eigentlich die Drohnenaufnahmen. Ein bisschen schade, denkt man sich da als Cinemanuel, wenn man mal ein paar Cinematics Aufnahmen macht, aber gut, dann habe ich mir gedacht, gucken wir uns doch einfach mal den Rest an und das ist wirklich wie ein roter Faden, der sich durch die Analytics zieht. Wenn man mal hier guckt, oh, Cinematic Aufnahmen, nee, wenig Interesse, oh, da wieder was zum Auspacken, was ist hier ausschlaggebend, oh, da hat man großen Karton, merkt ihr was? Und hier geht es dann wieder ganz runter, da faselt der Manuel ein bisschen übers Leben, siniert so ein bisschen auch über Eis und was weiß ich nicht alles, null Interesse oder das geringste Interesse, sagt man. Und gerade das, wo man denkt, oh ja, das macht das Ganze abwechslungsreich, deswegen schalten vielleicht auch mal ein paar andere Leute ein oder so, nee, ist nicht. Und hier genauso, das Video auf ein starkes Update, Drohnenaufnahmen am Anfang, boah, hier hat man dann so einen richtig fetten Boller, Adidas, ja, aber da war bestimmt vorher wieder ein Karton oder so, ja, kann man hier sehen. Also, da sieht man es, dann wieder Cinematic Aufnahmen, wollen wir nicht. Dann hier gerade, das geringste Interesse, wo ist hier das geringste Interesse? Gerade da, wo ich durch diesen Reifen fliege und mir gedacht habe, Mensch, das sieht bestimmt toll aus und hoffentlich schrotte ich meine Drohne nicht. Geringste Interesse. Also, für alle, die sich jetzt gedacht haben, ich kaufe mir eine Drohne, mache Ausdruck, vergiss es, lass das sein, nein, Spaß. Aber man sieht es hier hinten, wieder ein Karton und oh, ein großer Karton, das größte Interesse zum Schluss, das Beste kommt zum Schluss sozusagen. Aber da sieht man mal so ein bisschen und bekommt so ein Gespür dafür, was die Leute interessiert. Und geht man mal so allein nach diesen Analytics, dann möchte man meinen, hey, vergiss das Ganze drumherum und den ganzen Schnickschnack und mach einfach nur stupides Unboxing. Von oben runter, seht ihr, hier, wo die Ausschläge sind, genau, einfach runter und dann passt es. Das ist das, was die Leute auf YouTube sehen wollen, zumindest in der Film-Community. Könnt ihr mal meinen, aber schaut dieses Video mal bis zum Schluss, da werdet ihr wieder eines Besseren belehrt. Also, man sieht es, die Cinematic-Aufnahmen, ja, stößen nicht auf das größte Interesse, deshalb lasse ich es mir trotzdem nicht nehmen, die zu machen. Denn Cinemanuel aus Liebe zum Film heißt nicht nur, dass ich es liebe, Filme anzugucken, sondern auch Filme selber zu produzieren. Nicht nur daheim im Schlafzimmer, ist ja klar, sondern auch für YouTube. Und jedes Video ist für mich ein kleines Filmchen, jeder Wochenblog ist für mich ein Kurzfilm. Und deswegen möchte ich mir das nicht nehmen lassen. Es gibt zwar immer ein paar böse Zungen, die behaupten, ich mache alles nur für irgendwelche Klicks. Da sieht man mal, würde ich alles nur nach Klicks und Sonstiges machen würden, gäbe es diese Aufnahmen oder Sonstiges gar nicht. Genauso verhält es sich, wenn man hier mal zum Beispiel auf Feuerwehrmann Sam guckt und sieht, hey, 638 Aufrufe, das ist aber mal krass, oder? Also wenn es nach dem geht und ich nur nach Klicks gehen würde oder Sonstiges, dann würde ich keine Videos mehr machen, wie zum Beispiel Unboxing und Filmkritik zu. The Reckoning hat schließlich weniger Aufrufe als Feuerwehrmann Sam oder The Swordsman oder Surtzman, wie immer man das aussprechen möchte mit Oxford-Englisch oder Amerikanisch. Völlig wurscht. Auch das nur 513 Aufrufe, nur in Anführungsstrichen. Also das ist immer noch toll, meiner Meinung nach. Die Brücke von Rehmagen, Mediabook-Unboxing und Filmkritik, genauso eben wie auch bei The Swordsman. Und dann haben wir der Duft von wilden Thymian, 408 Aufrufe oder hochbrisanter Star-Thriller-Crisis oder The United States vs. Billie Holiday oder eben mein Liebhaber, der Esel und ich. Also wenn ich nur nach den Klicks gehen würde oder so, dann würde ich die anderen Videos ja gar nicht mehr machen, also sein lassen. Und ja, ich liebe es aber über den Tellerrand hinaus zu gucken. Cape Light bietet echt ein breitflächiges Portfolio, sehr abwechslungsreich von den Filmen, dass nicht jeder Film jeden interessiert, ist doch auch vollkommen klar. Aber eben, dass man nur was macht wegen irgendwelchen Klicks oder so, sieht man, das ist absolut nicht der Fall. Und man sieht es auch hier, ich biete ja immer in Kooperation mit Cape Light Pictures nicht nur ein Unboxing, nicht nur zusätzliche Informationen, nicht nur meine Meinung zum Film in Form einer Kritik, sondern auch meistens immer noch die Chance, den Film gratis abzustauben und so. Also wenn es nach dem geht, würde ich das gar nicht mehr machen und ja, ist ein bisschen schade, was man da so immer hört und liest. Aber gut, machen wir einfach mal weiter und zwar mit die Spinnen doch. Da gab es ja auch wieder diesen Vorwurf von ClickBite auf den Thumbnail. Ja, ich sage immer Thumbnail, einfach nur um ein paar Leute zu tradern, das macht immer irgendwie ein bisschen Spaß. Das heißt Thumbnail. So geil, aber die drei T's. Titel, Thumbnail, Topic oder Thema. Entscheidend auf YouTube, ja, immer wieder schön. Leerer Karton, 35,90 Euro und die Spinnen doch. Ja, so ist auch die Titelbeschreibung hier. Und ja, da ist überhaupt nichts mit ClickBait. Wenn man nicht weiß, was das bedeutet, dann sollte man es vorher nachgoogeln oder einfach nur den Mund halten. Denn die Spinnen doch ist einfach nur meine Meinung. Und 35,90 Euro für einen leeren Chucky-Karton ist die exakte Titelbeschreibung. Und exakt was im Titel steht und auf den Thumbnail zu sehen ist, sieht man in der ersten Minute, unterhalb der ersten Minute im Video, also nachdenken bitte, dass man hier sieht, dass es megamäßig fällt, könnte jetzt der eine wieder sagen, oh, das liegt an deine Kanal-Members oder sonstiges, liegt es eben nicht. Wie uns das nächste Video beweist mit dem Titel Blu-ray-Vorbesteller-Tipps, nur ein paar Tage später. Kein irgendwelches ClickBait-Titel, kein irgendwelches ClickBait-Thumbnail und sieh mal her, hat sogar noch mehr Aufrufe. Merkst du was? Und guck mal hier, hier fällt es auch. Sind hier vorne die Kanal-Member? Nein. Merkst du was? Ach, es ist immer wieder so herrlich, manche Sachen zu lesen und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mir einfach mal so ein bisschen einen Spaß daraus, so mal ein Video zu machen. Vielleicht interessiert es euch auch, aber geht mal nach den Analytics, interessiert es euch einen feuchten Furt? Ich sollte vielleicht einen Karton reinhalten. So, jetzt. Dann schauen wir mal, ob jetzt bei den Analytics, opala, stoße ich gegen das Mikrofon, tut mir leid. Für alle, die das mit dem Kopfhörer hören. Oh, jetzt geht es aber wieder in die Höhe hier. Wirst du dann sehen. Können wir ja gerne machen, dass ich die Analytics hier zeige, ob es hier auch so einen Ausschlag gab oder eben nicht. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Aber geil, ich finde es lustig und YouTube kapieren auch viele nicht. Wir befinden uns hier auf einer Unterhaltungsplattform. Ja, Unterhaltung macht was aus. So viel mal zu dem Thema Clickbait mit Titel und Thumbnail. 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 Hier haben wir das Video zum Beispiel nichts, nichts im Titel und nichts auf dem Thumbnail relativ schwarz gehalten. Und hier im Video, das Video gibt einen sogar mehr, als es verspricht. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Da wird doch die Schildkröte im Suppentopf geil, wie Al Bundy zu sagen pflegt. Also, wenn man nicht weiß, was irgendwie Clickbait heißt, dann sollte man einfach die Klappe halten, meiner Meinung nach. Denn ich mache nicht irgendwelche Titel oder Thumbnails mit. Das ist mein letztes Video. Ja. Und mache dann trotzdem noch irgendwie munter weiter oder so. Ist ja sehr beliebt auf anderen Kanälen, auch bei ganz großen YouTubern, bei meinen kleinen YouTubern natürlich auch. Aber gab es nicht. Es gibt immer das, was es bei mir im Titel oder auf den Thumbnails zu sehen gibt. Oder sogar mehr, wie man hier sehen kann. Also, das ist der Beweis. Wenn ihr mal Clickbait in Reinform sehen wollt, dann guckt ihr mal hier auf den Kanal DMG Channel. Guckt ihr mal das an. Traurig, dass so ein Kanal 919.000 Abonnenten hat. Guckt euch mal diese Thumbnails an. Also, natürlich haben sie Naturvideos und natürlich geht es da teilweise auch ein bisschen ab. Aber das, was hier zu sehen ist, siehst du nie, nie, nicht ein einziges Mal in dem Video. Ja, dass ein Löwe auf einen Baum klettert und sich drum klammert wie ein kleines Baby oder der Bär hier von irgendwas befallen wird oder der hier fast schon das Ding hier nagelt. Wenn man das sehen möchte, also guckt euch mal. Es ist echt traurig. Auch hier die drei Tiere, wie schlecht sie reingefotoshoppt sind. Es ist echt abartig. Aber ihr seht es. Das ist das, was die Leute sehen möchten anscheinend. Deswegen stellt man sich ja die Frage, was wollt ihr eigentlich? Scherzhaft mit einem Augenzwinkern bedacht. Und guckt man mal hier auf, meine Kollegen. Das soll jetzt kein Gebäsche oder Rumgeprolle oder Rumgeflexe sein, sondern einfach nur, um jetzt mal kurz den Bogen wieder zu schließen zum Anfang über eben Unterhaltung und reines Unboxing. Meine Kollegen hier, der gute Robert-Stanless-Filmzimmer, Youngans 2-Media-Book, 145 Aufrufe. Der Kollege Sascha Cobretti, 123 Aufrufe. Ich habe praktisch dasselbe Video gemacht mit dem komplett selben Inhalt, kann man sagen. Nur die Verpackung war anders. Die hatte einen Knick. Und ein Knick in der Optik, nein, ein Knick im Karton, weckt anscheinend doch das größere Interesse als ein reines Unboxing. Was aber wieder im Wiederspruch steht zu dem, was diese Analytics eben sagen, was wir hier anfangs gesagt haben. Unterhaltung? Nö, wir wollen einfach nur auspacken, Unboxing und Kartone sehen. Wie eben hier in den meisten Fällen. Also, und deswegen schließe ich jetzt die Kreise nochmal mit einem Augenzwinkern. Was wollte ich eigentlich?